Shetty. Meine Güte, Gary, es wäre toll, wenn Baby wenigstens einen Auftritt hätte, bevor er ins Gras weist. Ja, die Welt schreit auf mich, nach mehr Rappern. KP weiß nicht, wo die Show ist, also machen wir einfach alle Werbeschilder. Verdammt, da lebt ihr ein Hirn über deinem Spier nach dem... Das Gehirn ist neu. Willst du etwa, dass Lil Bay und ich beide sterben? Ich würde gerne sehen, wer zu der Beherdigung kommt. Versuchst du mich umzubringen? Wäre schon schön. Glaubst du noch immer, dass du die Partycrashs packen? Wenn nicht heute Abend, dann sicher bald. Lil Bay wird so groß sein, wenn das rauskommt, da wirst du einen Bulldozer brauchen, um durch seine Folge zu fliegen. You should treat me Das war's. Wenn wir jemanden erwischen, machst du die Motorhaube sauber. Na dann, viel Glück beim Finden des Clubs. Ey, dafür wirst du zahlen, Jackie. Ich werde bezahlt, wenn Lil Bay dich aus der Spitze der Charms geschosst hat. Pass bloß auf. Ich bin extrem streitsüchtig. Hey, KP. Weißt du, wo der Aufschnitt von Lil Bay ist? Nein, weißt du nicht. Ha, also wenn ich den Gig nicht finde, dann wirst eben du dran glauben müssen. Ja, ja, KP. Große Klappe und nichts dahinter. Ja, wir reden. Ja, wir reden. Untertitelung des ZDF, 2020